Einmeldung, jetzt hat Ursula von der Leyen von der EU wirklich mal so eine richtige Klatsche live in einem TV-Dream bekommen, natürlich eine globale Klatsche, denn in einer besagten TV-Sendung hat eben ein dänischer EU-Parlamentariker wirklich mal komplett mit ihr abrechnet und das ist eben dieses Bild, was wir schon längerem sehen, dass es nicht nur hier in Deutschland so ist, sondern vor allem in vielen anderen Ländern immer mehr die Leute eine gewisse Feindschaft, nicht nur gegenüber der EU, sondern vor allem gegen Frau von der Leyen ja entwickeln und dieser Parlamentarier hat beispielsweise gesagt, Zitat, wir werden sie Frau von der Leyen als erstes feuern und das spielt natürlich vor allem darauf hinab, dass halt wirklich in der EU vor allem wirklich eine massive Bürokratie herrscht, wo eben vor allem auch Frau von der Leyen und die ganzen Positionen, die vor allem alle hochbezahlt sind, natürlich wirklich ein riesiges Budget vereinnahmen.